Ich konnte meinen Eltern, außer ein paar Konzerte, ein paar Sachen, noch nicht sehr viel zeigen, zu was ich fähig bin. Und ich glaube, Voice of Germany bietet mir auch diese Gelegenheit. Ich muss alles geben und ich will ihnen das zeigen. Das wäre der fetteste Beweis. Lass mich nur raus, mach die Tür auf. Ich will spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020